Hallo, mein Name ist Andreas Klotz und wir sprechen jetzt über eine Kultur, die in der Steinmachsgeheimat ist, über Krenn. Und zwar beginnen möchte ich bei den Herbiziden. Also im Vorauflauf ist die Mischung möglich, 1,5 Liter Absand 500 und 2,5 Liter Stomp Aqua. So können Sie unseren Absand verwenden. Das hat hier die Zulassung und ist deutlich günstiger wäre das Boutisand. Wer Gräser hat, kann im Nachauflauf diese Gräser mit 1,5 Liter von Starm-Cycloxidin aufbekommen als Fokus-Ultra bekämpfen und hier 1 Liter von E.M.O.L.P. dazu ergeben, wer Quäcken im Akkuhalter erhöht, die Aufwandmengen von Gräser mit Starm-Cycloxidin um 50%. Bei den systemischen Fungiziden bietet sich auch ein Rhidomil-Gold MZ gegen weißen Rost. Das sind systemische Rhidomil-Wirkstoffe und den Kontakt Manko-Z-Wirkstoffe. Bitte schaut aus. Das Mittel kriegt sie auch noch bei uns, aber ihr sollt es bitte heuer auch brauchen, was im nächsten Jahr nicht mehr zugelassen ist. Aufwandmengen sind 2 Kilo und wir empfehlen euch aufgrund der besseren Verträglichkeit 1,5 Liter von Salus-Plasma dazuzugeben. Ein weiteres systemisches Mittel in der frühen Phase, wo es am besten vorbeugend eingesetzt wird, ist das Taser 250 SC. Das hat den Octiva-Wirkstoff, den Azoxy-Stromin in sich und wird mit 1 Liter Prohektart eingesetzt. Weißer Rost und Alturnaria geht eventuell mit einem Kupferprodukt, einem Flowrix zum Beispiel. Das ist ein beliebtes Kupferprodukt. Das wird mit 1,25 Liter eingesetzt. Das macht auf der Oberfläche der Krenblätter eine feine Schutzschicht, die sie vor einbringen von den Pilzsporen schützt. Sehr gut geeinigt ist da eine Plantonic dazuzugehen mit 4 Litern für die Pflanzenmischung rein. Auch kann man mit Kupferblattdünger arbeiten, wie das ECO-Kupylo 46. Das kann man mit 3,25 Kilo verwenden. Oder ansonsten auch das Oxy 500 WB mit 1 Kilo. Das ist auch möglich. Das ist auch ein günstiger alternativ zu den Kupferfungizidmitteln. Kommen wir zum Score. Das Score wirkt gegen echte Melddauer, aber auch Alturnaria systemisch. Mit 0,4 Litern auf dem Hektar wird es eingesetzt. Man sollte das maximal auch einmal in der Spritzfolge verwenden und das auch am besten vorbeuten. Signum ist eher ein spätes Mittel, ein systemisches mit Kontakt. Da ist die Auflaufmenge 0,5 bis 0,75 und sobald auch Befolgsbeginn von einem Leiter nahe zu sehen ist. Für den Druck kann man ein Soltanikgranulat mit 15 Kilogramm. Wer diese Technologie hat, kann man das bei der Sohn mitsetzen. Oder ansonsten kann man später, sobald eine Blattmasse verhalten ist, oder natürlich auch auf dem Boden kann man das auch spritzen, was über die Wurzeln aufgenommen wird, kann man ein flüssiges Soltanik eh mit 3 Litern verwenden. Dieses kann man mitmischen, mit einem Herbizid zum Beispiel und einem Fungizid. Und dieses Soltanik stärkt den Wurzelentwicklung, also die Wurzelentwicklung und die Bogengesundheit. Planttonik mit 4 bis 5 Litern ist die Basis im Kernanbau für die Pflanzengesundheit vorbeugend eingesetzt und auch eine Wurzelentwicklung wird mit dem gefördert. In der späteren Phase, wo dann schon mehrere Krankheiten sich einschliffen wollen im Kernanbau, dann empfehlen wir, statt dem Planttonik ein Bautonik einzusetzen mit 4 Litern, das doch auch am pflanzengesundheitlichen heilenden Aspekt bewirkt. Spurenelemente des Natualkop SL ist auch ein Aminosäurenprodukt, das auch gleichzeitig die Venenzmittelfunktion enthält, mit einem halben Liter oder noch besser mit einem Liter, wird das bei der Fungizidbehandlung eingesetzt. Wer mit Schwefel arbeiten kann, möchte, der kann IKLAS Basics verwenden mit 2 Litern. Oder wer ein Komplettdünger einsetzen möchte, der alle Spurenelemente enthält, damit Arthroxprodukte vorgebeugt werden kann, kann 2 Litern vom Salus aktiv verwenden. Ja, also Int-Isektizidmäßig Karate C mit 75 Milliliter oder als Kaiso, der im gleichen Wirkstoff hat, Kaiso 050 EG hat das Produkt, mit 150 Gramm kann man zweimal als Insektizid, als Kontakt-Insektizid einsetzen. Ja, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr euch gerne bei mir telefonisch oder per E-Mail melden. Und sonst wünsche ich euch erfolgreiche Person im Kernanbauer 20-21. Vielen Dank. Vielen Dank.